Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fibel Fokus. Der letzte Sommer war in den meisten Teilen der Schweiz extrem trocken. In der Presse konnten wir lesen, dass die Armee mit Hubschraubern Kühe auf der Alb mit Wasser versorgen musste und dass aufgrund von Futterknappheit einige LandwirtInnen mehr ihrer Tiere schlachten mussten. Vanessa Gabel spricht in der heutigen Folge mit Roland Nussbaum, einem Biobauern aus dem Fricktal, um zu erfahren, wie das Wetter in diesem Jahr seinen Betrieb beeinflusst hat. Wenn es dann wieder so trocken wird, wie es dieses Jahr war, dann spüre ich das auch. Also auch dann habe ich zu wenig Futter, oder? Der Herbst ist gekommen, es ist relativ feucht draussen, die letzten Tage hat es viel geregnet, aber im Sommer sah das Ganze ja ganz anders aus und deswegen würde ich gerne mal wissen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark eigentlich in diesem Sommer die Trockenheit deinen Betrieb getroffen hat. Also ich würde das etwa auf dem 7 einstufen, muss aber auch ganz klar sagen, dass im Fricktal, wo wir ja daheim sind, der Unterschied, 5 Kilometer weiter weg ist eine andere Welt. Weil 5 Kilometer weiter weg kann es entweder noch viel trockener gewesen sein, oder aber auch ab und zu ein Regenereignis gegeben haben und damit das Problem nicht so gross wie auf eurem Betrieb. Ganz genau. Wir sagen immer, der Regen geht dem Rhein oder dem Rhein an und uns reicht es nicht. Okay. Ja, kannst du mal deinen Betrieb und dich ein bisschen näher vorstellen? Also welche Tiere haltet ihr und welche Kulturen baut ihr an? Also ich bin 58, bin dran an der Ablösungsfindung. Der Nächste kommt dann langsam eben ins Spiel. Wir haben eine Betriebsgemeinschaft mit vier Partnerbetrieben. Mit Pferdepensionen, da haben wir so fünf Stammbeisäge immer. Die eine ist Pferdepension, die ist auf einem separaten Betrieb ausgelagert. Dann haben wir nur noch auf meinem Betrieb, auf meinem Zuhause, haben wir Tiere. Wir haben 140 Milchkühe, etwa 70 bis 90 Kalber, Mastremonten für Bio-Weidenbeif-Produktion. Dann ist die Ökofläche ein sehr grosser und wichtiges Stammbein für uns. Wir haben etwa 35 Hektar ökologische Ausgleichsflächen auf rund 240 Parzellen. Ackerbau ist so ein halbes Stammbein. Also der Ackerbau ist für uns so ein bisschen der Ausgleich. Wir haben zwischen 20 und 30 Hektar Getreide. Und je nachdem, wie wir Futter haben, haben wir mehr oder weniger Getreide. Das ist nicht direkt ein Stammbein, aber doch 25 Hektar Getreide. Und dann ist natürlich die Energieproduktion bei uns ein sehr grosser Stammbein. Wir haben eine Biogasanlage und produzieren den Strom. Und welche Getreidesorten werden angebaut? Getreide machen wir uns das eigentlich ganz einfach. Wir machen Weizen, Dinkel und etwas Eiweiss, Äpfel mit Gästen als Stützfrucht, die wir direkt am Milchvieh verführen. Und musstet ihr auf eurem Betrieb dieses Jahr mehr Tiere schlachten als normalerweise? Die Frage kann ich mit Ja beantworten, muss aber vielleicht ein bisschen ausholen dazu. Gerne. Wir hatten das letzte Jahr ein sehr nasses Jahr für unsere Region. Und ein nasses Jahr ist bei uns schlechter als ein trockenes Jahr. Also wir konnten sehr viel Futter nennen, aber qualitativ einfach sehr schlechtes Futter. Und dadurch, da habe ich auch gemerkt, das ist die Milchleistung runter. Sie haben die Trochensubstanz gar nicht aufgenommen, die sie hätten sollen. Sie haben einfach weniger gefressen, weil die Qualität nicht so gut gewesen ist. Das bringt noch keine Fruchtbarkeitsstörungen mit sich. Also wir hatten auf Heuer dann relativ viele alte Kühe vor allem gehabt, die einfach nicht mehr aufgenommen haben. Das ist der Punkt. Dann ist der Punkt, dass wir Heuer qualitativ super gutes Futter haben können nennen, aber einfach halb mengenmässig haben sie nicht gefehlt. Und dann habe ich irgendwann im Äugsten entschieden, dass wir die alten Kühe, die 150, 200 Tage leer sind, nicht mehr aufnehmen, dass wir sie im Metzgen, weil wir zu wenig Futter haben und weil sie schon alt sind. Und das hat den Bedingten, dass wir im Äugsten 26 Kühe auf einen Schlag gemetzten. Preise sind gut gewesen, die Schlachtpreise sind gut gewesen. Ich habe den Weg Futter zu sparen. Und jetzt warte ich mal den Winter ab und schaue das nächste Jahr wieder. Sind die Schlachtpreise so gut gewesen, weil zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele geschlachtet haben? Weil eigentlich könnte man ja erwarten, wenn mehrere Bauern die Entscheidung treffen, mehr Kühe zu schlachten, dann sinkt der Schlachtpreis. Könnte man eigentlich erwarten, bis jetzt ist sie aber überhaupt nicht eintroffen. Also im Moment haben wir immer noch die gleich sehr guten Schlachtpreise bei den Kühen sowieso. Konntet ihr, wenn ihr euch eure Tiere näher angeschaut habt, konntet ihr an ihrem Verhalten feststellen, dass ihnen die Hitze oder die Trockenheit was ausgemacht hat? Also das Tier und die Kuh vor allem, die verhalten sich eh nicht gleich, wenn es 35 Grad hat für Russen, wie wenn es nur 15 Grad hat. Übrigens mir auch. Und ich sage immer, so eine Grundregel, wenn man sich ein bisschen beobachtet, dann, wenn das Wetter so ist, als wir Menschen lieber rausgehen, dann gehen die Kühe lieber rein. Und wenn es kühl ist und wir lieber eingehen, dann sind die Kühe lieber für Russen. Und dadurch hat man sicher ein anderes Verhalten festgestellt. Also sie sind gerne irgendwo gestanden, wo ein bisschen ein Lüftchen gegangen ist, wo man einfach, das hat man gemerkt, das ist vielleicht auch noch ein bisschen weg der Fliege gewesen. Wir bei uns, auf unserem Betrieb, haben im ganzen Stahl Schlauchlüftungen installiert. Und seit wir da haben, haben wir dort viel weniger Probleme, weil wir einfach im ganzen Stahl das gleiche Klima haben. Also der ganze Stahl ist sowieso auf drei Seiten offen. Und dann haben wir die Schlauchlüftungen noch. Und dadurch haben wir auch nie einen mehr oder weniger Zug und haben viel weniger Probleme. Du hast eben schon erwähnt, dass im letzten Jahr, was sehr nass war, die Futterqualität nicht gut war und daraufhin quasi auch die Milchleistung bei den Kühen zurückgegangen ist. Und wie sieht das in diesem Jahr aus? Also wir haben bis vor vier Monaten letztjähriges Futter geführt. Und der Übergang vom Letztjährigen zum Deinjährigen, das hat bei uns, ich kann nur für uns reden, gerade vier Kilo Milch ausgemacht pro Kuh und Tag. Also es sind jetzt vier Kilo mehr? Ja. Vier Kilo mehr Milch pro Kuh und Tag, ja. Und zwar innerhalb von zwei Wochen. Also als das Futter gewechselt hat, wir fuhren sehr viel Gras silo, da hat man wirklich nach zwei Wochen haben sie vier Kilo mehr Milch pro Tag gegeben. Und die TSAufnahme ist logischerweise gestiegen. Ja. Also sie fressen mehr. Und das heisst, im Prinzip hat sich die Milchmenge erhöht und gibt es Auswirkungen auf den Milchpreis? Ich denke, der Milchpreis ist allgemein gestiegen ein bisschen. Ob es wegen der Trockenheit ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich bin zu wenig in diesem Geschäft zu Hause, wenn ich weiss einfach, dass unser Preis ein bisschen hoch ist. Und der konventionelle Preis ist ja auch Ue. Also es ist ja alles Ue. Es ist alles teurer geworden. Von daher kann man sagen, ja mal, der Milchpreis ist, glaube ich, etwa vier Rappen gestiegen. Vielleicht kannst du uns einfach nochmal sagen, wie die Situation mit dem Winterfutter ist. Die Ernte ist geringer ausgefallen in diesem Jahr. Und bedeutet das für euren Betrieb, dass ihr eventuell Futter zukaufen müsst oder das vorhandene Winterfutter früher verfüttert werden muss? Also ich kann hinten beantworten. Wir sind seit rund zwei Monaten dran, am Futter zu führen, was eigentlich für den Winter vorgesehen wäre, durch die Trockenheit. Also uns fehlen zwei Schnitt, ganz klar. Das war auch der Auslöser, warum wir dann gesagt haben, jetzt metzgen wir viele Kühe. Es hat einfach irgendwie gerade so ein bisschen gepasst. Dann muss man einfach irgendwann den Entscheid fällen. Und wenn man dann gerade etwa 20 oder 25 Prozent vom Bestand schlachtet, dann merkt man das nachher auch im Futterverbrauch. Also wir brauchen dadurch jetzt viel weniger. Das ist einmal als erstes die erste Massnahme. Dann, wie ich schon mal gesagt habe, wir sind im Friktal zu Hause. Wir sind uns da gewohnt, dass es etwa trocken ist. Ich, auf unserem Betrieb, wir haben in der Regel für ein halbes Jahr Futterreserve. Also wenn ich unsere Siloräume und den Heuraum gefüllt habe, dann habe ich eigentlich für anderthalb Winter Futter auf Reserven. Und dadurch, dass wir noch ein bisschen Reserven gingen haben, habe ich jetzt nicht Angst, dass wir zu wenig haben. Also ich habe nicht irgendwie separat noch Futter zugekauft. Und wie sieht das mit dem Kraftfutter aus? Das wird auf dem eigenen Betrieb zum Teil ja produziert. Wird da was zugekauft? Und hat sich da der Preis geändert? Also das Kraftfutter kann ich auch nicht gross mitreden. Wir brauchen sehr wenig Kraftfutter. Also wir haben unsere Eiweissäpschen. Und ich kaufe noch rund 10 Tonnen Milchfeefutter zu. Also das ist irgendwie so bei 80 Kilo pro Kuh und Jahr, die wir einsetzen. Was wir brauchen, ist, weil wir Melchroboter haben, ein Lockfutter. Und das Lockfutter sind wie uns Maiswürfel. Die kaufen wir vollumfänglich zu. Und dort ist der Preis etwa 6 Franken gestiegen. Und dort brauche ich rund 1,3 Kilo pro Kuh und Tag. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was von der Situation eben auf dem Acker erzählen. Wie hat die Trockenheit quasi die verschiedenen Kulturen dieses Jahr auf dem Acker beeinflusst? Also bei den Kulturen, die wir anbauen, Erbschen, Gersten, Dinkel, Weizen, kann ich nichts Schlechtes oder Negatives feststellen, ausser dass der eine gute Monate früher war als andere Jahre. Der Ertrag ist im Mittel gewesen. Der ist faszinierend genial gewesen, v.a. wenn man es mit dem letzten Jahr vergleicht. Also ich könnte jetzt gar nichts sagen. Nachher haben wir Glück gehabt, das habe ich immer gesagt, ich habe mehr Angst vor dem nächsten Jahr. Also wenn es trock geblieben wäre, und wir sehen rund 18 Hektar Kunstwissen alle Jahre frisch an, und wenn dann das Wetter nicht stimmt, dann haben wir dann das nächste Jahr ein Problem. Und dieses Jahr ist einfach genial gewesen. Also wir konnten Kunstwissen anseihen, wir haben jetzt das Anfang September gemacht, die ist super schön aufgelaufen, können jetzt dann einen säuberen Schnitt machen, und wenn alles normal läuft, dann haben wir das nächste Jahr einen super ersten Schnitt. Und kannst du was zur persönlichen Arbeitsbelastung sagen? Also die Hitze ist ja auch für den Landwirt nicht unerheblich gewesen. Also gab es da Auswirkungen einfach auf die Arbeitsbelastung oder eben vielleicht Stress? Das Gegenteil ist der Fall. Ich kann aber auch wieder nur für uns reden. Also wir hatten viel weniger Arbeit gehabt, weil wir ja zwei Schnitt weniger konnten. Wir mussten fast alle Ökoflächen nicht mehr mähen, ein zweites Mal. Vielleicht Rückzugstreifen. Also wir hatten dort ein Viertel Arbeit gehabt. Wir reden aber jetzt wirklich nur von der Arbeit. Und von dem her haben wir viel den lockerer Sommer gehabt, wenn wir die zwei Schnitte nochmals hätten können und bei den Ökoflächen nochmals einen zweiten Schnitt hätten können und dürfen müssen. Zumal bei uns die Ökoflächen sehr arbeitsintensiv sind, weil wir sehr viel an den Höger haben und sehr viel Handarbeit haben. Und das ist ein Wegfall, ganz klar. Im nächsten Jahr, wenn es jetzt wieder so trocken werden würde, wie dieses Jahr, würde es dann schlechter aussehen oder was bedeutet das für eure Kulturen oder speziell die Kunstwiese? Also Kunstwiese, die wir jetzt frisch angesagt haben, habe ich schon mal gesagt, die sind in einem super Zustand. Im Frühling in aller Regel ist es nicht trocken. Also ich denke, der erste Schnitt, der wird sicher mal nicht schlecht sein. Wenn es dann wieder so trocken wird, wie es das Jahr gewesen ist, dann spüre ich das auch. Also auch dann habe ich zu wenig Futter. Und dann ist für mich eine Massnahme, dass wir halt noch einmal ein bisschen Kühe schlachten. Aber dass ich Grossgagenfutter zukaufe, das glaube ich eher nicht. Und in den letzten Jahren, das war ja nicht das erste trockene Jahr dieses Jahr, dieser Sommer, habt ihr schon Massnahmen auf dem Betrieb getroffen, die irgendwie der Trockenheit dem entgegenwirken sollen? Also wirklich merklich haben wir keine Massnahmen betroffen. Wir säen schon seit Jahrzehnten eigentlich das 330M an. Also das ist eine Kunstwissenmischung mit Mattenklee. Ist sehr trockenheitsresistent. Und neu, seit etwa drei Jahren, haben wir jetzt noch angefangen, etwa die Hälfte der Fläche mit einem 400er Anzeigen, die Luzerne beigemischt hat. Wobei, man muss auch sagen, der Luzerne, das klingt gut, der ist trockenheitsresistenter, das stimmt, aber er blöfft den. Also man hat das Gefühl, es gibt viel und wenn man es dann gemeint hat und es ein bisschen angewelkt ist, dann ist es halt dann plötzlich, dann kann man nicht mehr so viel. Hat die Trockenheit in diesem Sommer für euch auch Auswirkungen in dem nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren? Ja, es kommt darauf an, wie die nächsten Jahre sind. Also wenn die nächsten zwei Jahre wieder einigermassen normal sind, dass wir vier Schnitt bis fünf Schnitt in den Kunstwissen nehmen können, dann, wie ich schon mal gesagt habe, da können wir wieder Reserven ansammeln und wenn es jetzt nächstes Jahr schon wieder so trocken werden soll, dann haben wir ganz sicher ein Problem. Also dann müssen wir eben entweder der Futter zukaufen oder den Tierbestand reduzieren. Dieses ist ein bisschen, ja, ich weiss es auch nicht, wie ich das mal sagen soll, ein bisschen aus den Luftgriff. Also ich mache mir nicht grosse Gedanken, dass es jetzt die nächsten vier Jahre trocken wird sein. Ich glaube, das ist eher nicht der Fall. Sicher ist es der Fall, als Trockner ist weder vor 30 Jahren. Das ist, glaube ich, allen klar. Wir haben nicht mehr die gleichen Wetterphänomene, wie wir vor 30 Jahren hatten. Wir werden in Zukunft vermehrter mit den so trockenen oder nassen Jahren müssen erleben. Aber die Natur ist nicht so sehr schnell, was das anbelangt. Und dann haben wir auch Zeit, um uns ein bisschen anzupassen. Ja, zu diesem Thema ist vielleicht noch zu sagen, ich kann mich erinnern, vor 32 Jahren, als ich den Betrieb übernommen habe, bin ich viel nervöser geworden, wenn so Phänomene auftaucht sind, die hat es auch da schon gegeben. Das ist psychisch, physisch viel die grössere Belastung gewesen, als ich langsam ein bisschen älter geworden bin und gelernt habe, mit dem umzugehen und halt gewisse Sachen wirklich anders anzuschauen, als ich sie damals angeschaut habe. Ich sage immer das gleiche Beispiel. Ich bin einmal hier in der Schule vor 35 Jahren. Ich habe mir nie geträumt, dass ich einmal nach Hause gehen würde, zu erzählen. Das war einfach eine andere Zeit. Und heute mache ich so Dinge oder Ökoflächen, dass Ökoflächen mal ein Betriebszweig werden könnten. Das hätte ich vor 35 Jahren im Traum nicht gedacht. Und heute haben wir im Fricktal, das ist jetzt wieder der Vorteil von uns, wir haben super Gebiete, wir haben super Südhänge, wo man wirklich Naturwesen herbringt mit einer Qualität, wie du es sonst praktisch nien herbringst in der Schweiz. Und das ist für mich jetzt ein Vorteil und ich habe jetzt die Gelegenheit halt beim Shop gepackt und habe schon vor einigen Jahren, sicher über 20 Jahren, angefangen, viele Ökoflächen zu machen. Gibt es auf euer Betrieb Veränderungen oder eben Massnahmen, die ihr für die nächsten Jahre geplant habt, wo man sagen kann, die haben auch was mit der Trockenheit oder mit möglichen Trockenperioden zu tun? Ich glaube eher nicht, also nicht im grossen Stil zumindest, weil, da darf ich sagen, wir haben eine sehr gute Situation, ich habe es am Anfang noch vergessen zu sagen, wir haben noch eine Öleng-Gemeinschaft mit zwei fehlosen Biobetrieben, wo wir alles Futter können von ihnen zukaufen können. Das gibt uns einfach eine gewisse Sicherheit. Also wir haben einfach tendenziell eigentlich in der normalen Art zu viel Futter. Und von dem her gesehen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass sehr viel wird ändern für uns in Zukunft. Ausser die Rahmenbedingungen werden ganz anders. Das weiss man nie. Jetzt sieht man, was die nächsten acht Jahre wahrscheinlich so abgeht. Da denke ich, wir werden nichts ändern bei uns. Und nachher schauen wir wieder weiter. Das macht nicht mehr mich. Wenn ich zuhöre, denke ich, der Betrieb ist ja schon jetzt sehr divers aufgestellt. Es gibt verschiedene Betriebszweige und verschiedene Kooperationen mit anderen Betrieben. Und das scheint mir, dass es ein Vorteil ist, weil man einfach verschiedene Umweltbedingungen vielleicht besser ausgleichen kann, wenn man divers wirtschaftet. Wenn man divers wirtschaftet, das ist zuerst, und ich bin halt der Zusammenarbeit Typ. Also ich kann mir nicht vorstellen, einen Leich zu bauen oder nicht mehr. Das ist für mich eigentlich vom ersten Tag her, als ich den Betrieb übernahm, von meinen Eltern klar gewesen. Es ist aber dann auch sieben Jahre gegangen. Also ich habe im 91 den Betrieb übernahm. Im 98 haben wir die erste BG gemacht, mit dem ersten Partner. Und da habe ich schon gemerkt, dass da sehr viel Potenzial liegt, auch in Sachen Freizeit, in Sachen Einspar. Also ich weiss, dass es noch wie wenn es gestern wäre. Wir haben die BG gegründet im 98 auf Bio umgestellt und haben gerade einmal von einem Betrieb alle Maschinen verkauft. Und das ist schon mal, das habe ich immer gesagt, das ist eine Arbeitskraft, also der Lohn von einer Arbeitskraft, den wir nicht mehr haben, an Maschinen Kosten. Und mittlerweile mit unseren 145 Hektaren haben wir vier Traktoren. Also gleich viel fast wie einer, der 45 Hektare bewirtschaftet und dort ist einfach sehr viel Potenzial rum. Der grosse Nachteil für unseren Betrieb ist, dass wir relativ weit auseinander sind. Also unsere BG hat die weiteste Distanz etwa 14 Kilometer und diese sind so 5,5-6 Kilometer voneinander weg. Hat aber den Vorteil, dass man sagt, guten Morgen und einen schönen Abend zu haben. Also wir haben Betriebe verheiratet und nicht Familien. Und das ist extrem wichtig, dass man einen gewissen Abstand hat. und ich habe das Gefühl, das ist eines der Rezepte, das jetzt bei uns funktioniert. Ab 2025 soll es ein Frühwarnsystem für Trockenheit in der Schweiz geben. Würde euch das etwas nützen? Kann ich mir nicht vorstellen, dass mir das etwas nützt. Also ich habe auch keine Ahnung, was gemeint ist mit dem. Also weiss ich dann drei Jahre vorher, also weiss ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wie das 2025 wird. Eben, also ich kann mir das nicht vorstellen. Und gäbe es andere Massnahmen oder Veränderungen, die nicht ihr selbst machen könnten, sondern die von außen kommen würden oder kommen könnten, die euch da weiterhelfen? Ich denke, kurzfristig und mittelfristig sehe ich da nicht. Aber langfristig können wir alle unseren Teil dazu beitragen. Also wir wissen glaube ich ja schon ziemlich viel, wieso sich unsere Umwelt verändert. Also das meine ich ein bisschen mit dem. Wir alle können dazu beitragen, dass das in positiven verändern die Zukunft. Und gibt es etwas von der Forschung oder von der Beratungsseite, was ihr euch wünschen würdet? Ich persönlich habe im Moment keine Wünsche an die Forschung und Beratung, weder an das, was jetzt läuft. Es laufen ganz viele gute Sachen und ich habe das Gefühl, das ist auf gutem Wege, aber ich hätte im Moment nicht gerade noch ein Wünschli. Dann danke ich dir, dass du heute den Weg hier zu uns gefunden hast, nach Frick, und uns so spannend aus deinem Betrieb berichtet hast, wie es im letzten Jahr war und auch in den letzten Jahren und in der Zukunft. Also auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank und ich komme gerne wieder mal. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Fibel Fokus. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Kommentare, Fragen und Themenvorschläge könnt ihr gerne an podcast.fibel.org senden. Bis zum nächsten Mal wieder. Euer Fibel Fokus Team.